BBC hat bestätigt, dass der US-Top-Terrorist Adam Kassim aus dem MI5-Gewahrsam geflohen ist. Es handelt sich um einen der schwerwiegendsten Fehler in der Geschichte der Organisation. Einsteigen! Bevor er verschwunden ist, hat Harry drei verschlüsselte Anrufe getätigt an Ihre ehemalige Notfall-Mailbox. Wir haben zuletzt gesprochen, als er mich vom MI5 suspendiert hat. Sie haben deren Top-Terroristen entkommen lassen. Finden Sie Kasim. Finden Sie Harry. Wer sind Sie? Sir Harry Peer. Ich will wissen, wer Ihnen bei der Flucht geholfen hat. Halten Sie es generell für möglich, dass Kasim Harry irgendwie manipuliert haben könnte? Kasims Flucht wurde von oberster Stelle innerhalb des MI5-Gewicht. Von den Leuten, die dich auf mich angesetzt haben. Hör auf, mich zu verarschen! Nicht dieses Mal. Ich war hier lang genug, um eins zu kapieren. Du kannst Gutes tun oder dich gut schlagen. Früher oder später muss man entscheiden. Ich glaube, die Täter, die wir suchen, sind Extremsportler, so wie ich. Ihr Ziel ist es, die internationalen Finanzmärkte zu zerstören. Ich glaube, die Täter, die Täter, die Täter nicht mehr in der Flucht geholfen hat.